Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Episode von irgendeinem komischen Battles. Ähm, ja total. Ähm, nein, wir spielen Super Smash Bros. Ball. Ich glaube an den Namen ist zu erkennen wer und ich mach jetzt mal schnell den Ton an, damit wir auch was hören. Du musst in der Zeit irgendwas komisches sagen. Irgendwas komisches. Danke. So, jetzt hören wir auch was. Ich würde sagen, hier ist kein Teamkampf hier. Alle gegen alle. Brawl. Okay. Meineswegen. Random. So, wir spielen auf normal. Ja. Ja, klingt. Okay. Ja klar. Dann geht's ab. Das war die Kaffee-Sonne. Oh, ist dir umgefallen. Nein. Pokémon Stadium 2 würde ich sagen. Ja. So, ich bin jetzt so beschlossen. Die nächste Arena darfst du auswählen. Okay. Ach guck mal, ich bin Solid Snake. Boom. Und wir haben Oli mal als Gegner. Ich kann das Spiel total gut, muss ich sagen. Ach, guck mal, da bin ich krank. Ach. Los, los, nach oben. Ich wollte gerade sagen, ich kann das Spiel total gut. Hui. Granate. Granate. Ich kann dieses Spiel also überhaupt nicht. Aber ich habe es. Ich besitze es. Das ist doch schon mal was. Ja. Genau. Nein. Ja, hallo. Kannst du nicht hier einfach so den Gegner raushauen. Wenn du das Spiels. Du musst dich jetzt erstmal entschuldigen. Nein. Oh, guck mal. Bazooka. Höhöhöh. 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 Oh. Nein. Liegt da. Oh, Oli mal hat sie. Oh. Eis. Wunderbar. Bumm. Aua. Ja, wir spielen die übrigens mit fünf Leben. Tatsache. Ich habe gerade ein Deja-Vü. Aber mit unendlich Zeit. Wir hatten gerade mal die Zeit auf eine Minute, aber das lohnt nicht wirklich. Nein. Höhöhöhöh. Rausgehauen. Aus. Ach, ein Drillbohrer Mann. Okay. Oh, der nervt. Ja, der nervt. Hallo. Jetzt habe ich noch drei Leben, das sehe ich gar nicht ein. Ich kann mit Snake überhaupt nicht spielen. Der kann auch nur irgendwelche kompletten Granaten. Oh, buff, buff. Bumm. Bumm. Bombe. Zünden. Bombe. Zünden. Ja, die Bombe trifft ja nicht mal jemand. Bombe. Bombe. Zünden. Ja, Olimar ist raus. Bombe. Zünden. Rakete. Starten. Rakete. Granate. Bumm. Bombe. Ich raff das gar nicht. Oh, guck mal, ein Supersmash-Pros-Sprallball. Tatsache. Supersmash-Pros-Sprallball. Raketen-Snake. Nein. Buff, Buff. Buff. Das machst du doch extra. Hallo, Mann. Raketen-Snake. Oh, Mann. Nachladen. Buff, weiter damit. Nein. Buff, boah, boah. Bam. Und... Ja. Genau. Das war doch was. Bumm. Warte. Bombe. Zünden. Buff. Buss. Bombe. Zünden. Scheiße. Was? Was hast du gemacht? Ein Boomerang geworfen, oder wie? Nein. Ich hab mit der Pistole hier rumgeflossen. Komm, mein Fokkeball. Dafür kriegst du eine Granate. Granate. Nee. Hilfe. Nicht meine Granate. Und auch nicht... Ah. Ah, Hilfe. Tja, guck mal. Da ist ein Sticker. Yay. Boah. Paper Mario Stickers da. Echt. Geniales Spiel. Hilfe. Ah. Ja, genau. Mit einer Kapsel. Toll. Haha. Solid Snake. Bam, bam. Bam, bam. Mein Pokéball. Nein. Kein Pokéball. Nein, nein, nein. Nein, nein. Meiner. Nein. Keine Nachladung. Boom, boom, boom. Eine Relaxung. Boom, boom. Ich bin gut im Zielen. Ja. Rausgeschossen aus dem Spiel. Yeah. Toll. Oh, Sonne. Sonne ist weg. Okay, jetzt haben wir hier Gestein oder Erde oder Boden oder hey, ein Diktri. Und ein Knogger. Wo? Ach, da oben. Das ist eindeutig ein Tragosso. Also wirklich, das erkennt man. Nein, keine Ahnung. Das ist ein Kuckowai. Ja, in deinem Vordergrund, da ist eine Schubkarre. Oh. Ey, du kämpfst doch gar nicht mehr. Das kannst doch nicht sein hier. Ich schieße dir meine Granaten weg. Weißt du? Zünden. Oh, Kirby. Kirby-Stern. Kirby. Granate. 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 Oh, hilf. Nein, 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 nein. Aus, aus. Granate? Granate. Kannst du auch noch irgendwas anderes? Bombe. Ja, der hat nur Bomben und Granaten. Das ist wunderschön. Bombe zünden. Noch ein Fischer. Yeah. Bombe zünden. Zwei Fischer. Äh, können wir... Wow. Hätte ich mir fast selbst in die Luft gesprengt. Oh, nein. Das Lichtschwert hat mich weggeschragen. Der bewegt sich ja nicht in richtiger Zeit. Niemand. Der hat nicht da den, die aktiviert hat, richtige Zeit. Manchmal ist er umgekehrt. Manchmal mache ich auch Bombe zünden. Aua. Ich glaube, ich sollte nicht die sehr hochexplosiven Kästen abschießen. Ja. Ey, ich warte, gleich gewinnt der Kong-Gegner. Uh. Ja. Oh, die kann man so toll fliegen. Ich glaube auch. Uh. Wo bin ich? Da bin ich. Triff doch, Snake. Ah. Uh. Uh. Ah. Yeah. Hoch hinaus. Hui. Wow. Wow. Hallo. Los. Ja. Granate. Bombe. Ja. Bombe. Werf mal Uli mal wieder raus. Oh. Nicht mich. Ja, ich habe auch nur noch ein Leben. Ja, egal. Bombe zünden. Ja, danke. Was sollte das denn hier? Oh, guck mal. Das war so eine Kugel. Aua. Bombe. Zünden. Bombe. Zünden. Ach, Manu. Bombe. Bombe. Zünden. Drück mal hier nach unten da. Hui. Drück mal da nach unten. Den C-Stick nach unten oder was? Nein, da das manuelle Steuerkreuz. Hui. Nur schnell. Was soll die scheiß Kiste? Weg da. Das war der Spott. Ich wollte nicht in die Kiste. Ich weiß nicht mehr, wie die Steuerung ist. Also, Hilfe. Also musste ich auch nicht den Spott. Nein. Nein. Wie, du hast mich raus. Nein. Schnell. Snake. Schnell. Nein, was machst du nicht? Nein. 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 Oh, Mann. Und all das nur, weil du mich rausgeworfen hast. Ulima. 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 Ein toller Soundtrack. So, du darfst die Arena aussuchen. Okay. Aber drück ja nicht Zufall. Wieso denn nicht? Weil dann kommen meine selbstverständlichen Arenen, die man nicht gewinnen kann. Okay. Ähm. Hm. Sonic. In die Sonic Arena. Hm, hm. Ah, okay. Luigi's Mansion. Oh, ich habe Luigi. Der kommt gegen den anderen auch Luigi. Das war jetzt kein Zufall, glaube ich. Ha. Ich habe Luigi. Feuerbau. Ha. 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 Hilfe. Hilfe. Ah. Ah. Was ist los? Ich weiß nicht. Ah, er hat das Koch nicht gegessen. Grüne Feuerbälle machen Spaß. Oh, ich habe meine eigene Bilder zerstört. Vor allem deine Farbe ist wunderbar. Ich bin Pika Luigi. Ja. Ach komm, Pika Sander. Oh, ich kann mich drehen. Oh, ich kann mich drehen. Das findest du toll, oder? Ja. Stylische Drehungen. Drehen. Oh, Kopfnuss. Drehen. Ha. Drehen. Äh, ja genau. Werf mich halt raus. Oh, jetzt ist es ruhig auch noch rein. Nein, das bin nicht ich. Nein, schnell da raus. Oh, der Trauma, Luigi. Schnell. So. Ja, werf mich noch rein. Pika Freeze. Ey, hallo? Mach auf. Mach auf. Mach auf. Ich könnte alle sehr gut raushauen. Ey, wieso wacht man da nicht auf? Haha. Weiß ich nicht. Haha. Dich muss ich raushauen. Nein. Wann warst du? Nein. Lass mich. Nein, ich bin nicht da. Haha. Jetzt aber. Ha. Wie? Ich mach den Dreher. Drehen. Drehen. Oh. Warte, wo bin ich? Ach, ich bin der Linke, Luigi. Ich raff das gar nicht. Das Spiel ist viel zu schnell für mich. Ja, für mich auch. Ha. Angriff. Oh. Ah, passt. Was passiert jetzt? Luigi. Drehen. Meine Katze. Yeah. Dafür kann ich mich drehen. Ich bin Mini. Wuhu. Yeah. Ja, teilt es trotzdem noch aus. Oh. Hab einen rausgehauen. Nein, nein, nein. Nein, ich hasse diese Kometen. Nein, aua. Oh, Mann. Oh. Oh. Das tut mir so leid. Frechert. Oh, Japanerangrief. Das sieht echt wie voll dumm aus. Bam. Nein, lass mich. Nee. Na. Bam. Sticker. Fächerangriff. Oh. Fächer. Yeah. Hey, hey, hey. Hallo. Hallo. Was soll das? Was soll das? Hallo. Ja, hallo. Okay. Oh, Mann. Nein. Oh, Susi. Nein, schnell weg. Was soll das denn? Oh, Mann. Oh. Mal auf mich. Dreherpacke. Dreherpacke. Nein, ich bin nicht drunter. Dreherpacke. Oh. Mein Fächer, mein Fächer. Yay, hochspringen. Yeah. Wieso haben wir eigentlich... Ach, da kommt's. Quass. Den muss ich raus an hier. Meta Knight. Ja, ja. Ziel erfüllt. Wunderbar. Haut mich doch raus. Ich habe viele Prozente. Quass. Oh. Drehattacke. Hui. Drehattacke. Drehattacke. Und Duma mit dem Fächer läuft. Das sieht voll blöd aus. Drehattacke. 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 Oh. Hast du mich jetzt rausgehaust? Ja. Oh, Mann. Oh. Oh. Buntabau. Nein. Nein, nicht schon wieder. Nein. Was da? Hoch da. Hoch da. Oh, Mann. Oh. Oh. Drehattacke. Hui. Hui. Drehattacke. Schnell. Schneller. Oh, toll. Hau dich kaputt. Drehattacke. Drehattacke. Nein, nein, nein. Nicht rausgehebt den Tod. Nein. Oh, Mann. Den Halbvorteil habe ich nicht ausgenutzt. Ey, du kämpfst da doch. Guck mal, wie du sagst, wie du läufst. Mach doch was. Mach doch. Irgendwas. Glaube ich. Wieso bin ich eigentlich klein, ey? Ja, du bist halt nur mal klein. Okay. Das ist eine Tatsache, aber trotzdem. Jetzt, hau Luigi raus. Der darf nicht nochmal die Brawl-Kugel bekommen. Da ist doch gar keiner. Ja, trotzdem. Da kommt noch eine. Oh, ich esse diesen Ball. Oh, Cooper-Punzer. Dann nimm die Cooper-Punzer. Und jetzt? Ja. Hat vorher geklappt. P.K. Freeze. Bam. Mit einem Hustball, das ist Haus kaputt gemacht. Bam. Oh, Luigi hat euch raus, wollte ich das sagen. Ja, jetzt. Jetzt hol dir die Kometen-Attacke. Ja, Kometen-Attacke. Los. Kometen-Attacke. Yeah. Ah, Attacke. Bam. Toll, Luigi wird ins Fels zurückgeschleuert. Ja, Uhr. Lukas. Lukas. Los, Lukas. Pfff. Ja, genau. Hm. Yeah. Warte, liegt noch eine zweite Basis, oder? Ja. Ja, los. Los. Feuerwerk. Yay. Nein. Oh, nein. Nein! Oh, was soll das denn? Oh, guck mal, das ist eine Bombe. Ja, toll, die bringt mir sehr viel. Ja, jetzt den Smaragd nehmen, oder was war das? Das war eine Gurke. Den Smaragd nehmen, Gurke. P.K. Sander. Ach nee, das war Fire. Ja, hab ich doch gesagt. Ja! Wenigstens hast du die Kugel noch bekommen. Total, das bringt mir auch so viel. Jetzt der Koopa-Panzer, boom! Bäm! Ah, nein! Ja, du kannst das noch gewinnen, du kannst das noch gewinnen. Ja, genau. Jetzt gewinnt Luigi das. Super. Die sind ja nicht mal gut, die Computer-Gegner. Ja. Ich hab das Spiel ja auch ewig nicht mehr gespielt, das ist mindestens ein Jahr her. Schön. Ich auch. Ja, toll, dieser Dämon-Ende. Und da. Ja.